Hey, uhuhuhu, uhuhuhu, da sind wir wieder zurück. Nach dem kleinen technischen Defekt, aber es geht los. Ja, ätzend, ey. Ich wollte gerade schon fast dein Opening nehmen. Ja, ha, ha. Boah, halt schon wieder so. Ja, wahnsinn, mal eben. Boah, Leute, ich sag euch, also irgendwie ist der Abend nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So war das alles nicht geplant. Ich besauf mich jetzt. Geht mir jetzt am Sack vorbei, ich besauf mich jetzt. Was geht dir am Sack vorbei? Ja, normalerweise heißt das, ich geb mir am Arsch vorbei, aber ich geb mir jetzt am Sack vorbei. Ich besauf mich jetzt. Was tust du, besaufst dich? Ja. Was willst du, ich besaufen? Ja. Besaufen? Besaufen. Besaufen. Belaufen. Weglaufen. Ich mache jetzt erstmal jede Menge Kisten hier. Ich hoffe mal, das geht so, ich bin mir gerade nicht sicher. Kann man das aus verschiedenen Holzsorten machen? Nein. Ich habe 34 Holzeisen. Hauptsache, der hat die Ahnung. Weißt du? Nein. Ich habe aber dafür 34 Eisen. Ja, schön. Dafür habe ich 64 Kisten. Das hat jetzt mit Sicherheit noch nicht genug. So. Wie viel brauchst du für deine scheiß Rüstung? Gute Frage. Für die Rüssi brauche ich 15 oder so. So viel? Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. So richtig den Schaum gehört. Boah, geil. Heftsch. Heftsch, jawoll. Wo habe ich eigentlich meine 51 Blöcke Wolle hingetan? Habe ich überhaupt noch Holz? Ne, ich muss erstmal Holz machen. So, boah, reicht der sogar fast. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. So, boah, welcher Spasti hat hier mitten vor meiner Garage einen Baum gepflanzt. Der muss jetzt dran glauben. Du kannst ja nur wieder schön dumm gewesen sein, Affenkopf. Ne, ich mache so weit nicht. Mann, bau doch jetzt einfach so einen scheiß Block dahin. Gib doch, Affenkopf. Ich will einfach noch einen blöden Schwader haben. Jetzt kann ich mir erstmal mal ein Riesenbett bauen. Scheiße. Was denn? Alles scheiße. Das stimmt nicht. So, alles scheiße, alles. Ich war noch nicht kampf. Alles scheiße hier. Scheiße, scheiße, scheiße. So, jetzt müsste ich eh nicht genug Truhen haben. Hauptsache, ich habe mich mal verzählt, ne? Warum? Ach so, ich habe ja 16 gemacht, stimmt. Ach scheiße, ich habe mal da Dingsbücher gemacht. So. Ich könnte eigentlich meine Truhe auch abreißen und nach unten stellen. So, auf jeden Fall. Wow! Nein! Nein! Was denn? Ich habe einen Creeper bei mir in der Hütte. Hau, nein! Boah! Ist der tot? Nein! Oh! Hat der Bum gemacht? Wo kam dieser Buster denn jetzt her, bitte? Hat der Bum gemacht? Ja, hat der. Geil. Scheiße, ey. Dummer Wichshurensohn. Boah, ich habe gleich gar keinen Bock mehr zu zocken, ey. Weißt du, das... Jetzt... Boah, jetzt brauche ich wieder Glas. Boah, ich glaube das einfach nicht. Äh... So, noch Beach Party gehen? Kannst du mir mal erklären, wo der... Was war das denn jetzt? Weiß ich doch nicht. Wo kam die dumme Sau denn jetzt her? Oh, vier Blöcke. Boah, jetzt... Ich habe überhaupt kein Glas mehr. Jetzt muss ich erst... Boah, nee. Ist doch nicht euer Ernst, Leute, oder? Ja, und Enderman ist auch hier drin. Ja, ich habe noch ein bisschen Glas. Ich hoffe mal, das reicht. Wo kam die dumme Sau denn jetzt her? Halt das Maul, du scheiße Wichser. Redest du mit dem Enderman? Ja. Oh Gott, steht heute... Boah, jetzt setzt der da so'n Klotz hin. Scheiß, Wichs, Wichs, Biss, Gesichtiges, Arsch, Fick... Drück dich bitte nicht weiter aus. Wir haben vielleicht auch Zuschauer, die sind unter 18. Ja, das ist mir doch egal. Dann lernen die immer, was ordentlich ist. Herzlich willkommen, der Typgeil. Hä? Du brauchst nicht verstehen. Gut, verstehe ich nicht mehr oder nicht. Ja, natürlich reicht das Glas nicht, ne? Scheiße, nee. Boah, könnte ich mich... Boah, ich könnte wieder so ausrasten, ne? Wie ich sowas hasse, diese Drecks-Wichs-Viecher, ne? Locker bleiben. Nee, nix locker bleiben. Das ist nur ein Spiel. Nee, ist das nicht, das ist ein Leben. Das ist Realität, das ist echt so. Hm. 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 Ich brauche noch ein Bett, ich habe ein Bett zu wenig gemacht. Wo kam denn dieser Wichshurensohn jetzt her? Boah, ich könnte wieder so ausrasten. Bitte nicht immer im Zimmer meiner Eltern schlafen. Ich glaube, ich war gerade schon wieder ein bisschen laut, ne? Äh, pfff, juckt mich nicht. Sogar meine Eltern. Hau ab, du. Auf mich, Junge. Boah, kann das... Warum muss das blöde Vieh denn jetzt auch genau hier rumlaufen? Erklär mir das mal. Genau im Lager, ne? Ich habe... Boah, hast du noch Glas? Guck mal eben nach. Ich habe dir da zwar 56 Blöcke gegeben, glaube ich, oder? Haben wir noch Sand? 21 Blöcke habe ich hier oben noch. Ich brauche nur ein paar. Ich habe ein bisschen... Warte, ich kann mal eben gucken, wie viel ich brauche. Boah, das ist so ärgerlich gerade. Dass ich so richtig abkotzen könnte. Vier Blöcke brauche ich. Ja, habe ich. So, ganz oben habe ich die. Boah, ne, irgendwie ist der... Das läuft alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe heute. Ich auch nicht. So gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt geht er da hoch, ey. Was ist das denn hier? Mein Bett. Mein Gott. Oben. Bett wo? Oder habe ich die... Ah, doch, die müssen... Boah, hier sind die doch, ey. Hä? Ach, Sand. Ich dachte, du meinst Glas. Was? Sauber. Meine Co... Meine Dingsbums ist auch fertig. Mein Eisen. Boah, nee. Also irgendwie läuft das nicht so. Dann habe ich mir erst mal ein Eisenschwert. Mann, 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 Mann. Boah. Hier tue ich das nicht rein. Tun wir hier rein. Hier tun wir... Hat heute eigentlich irgendwas auf Anhieb funktioniert? Nee. Essen hat so lange gedauert, bis das kam. Angefangen hat er damit... Kamera läuft nicht. Ja. Äh. Ach, das sind doch mal... Ehrlich, ey. Mein Leben ist doch scheiße. Deins auch? Soll ich euch mal meine Erz ausschüllen? Bitte nicht jetzt. Boah, nicht halt, ne? Ich setze mich gleich am Tisch, ey. Boah, ich schwöre... Du kotzt mich gerade alles an. Jetzt habe ich alles wieder schön gebaut. Jetzt kommt gleich bestimmt wieder so ein Huhn und so... Und bämmt alles in die Luft. Ich habe schon wieder kein Holz mehr. Ich habe noch Fichtenholz. Boah. Bretter. 17 Stück. Boah. Boah. Jetzt habe ich meine Sticks weggetan, ich Idiot. Boah. Boah. Jetzt habe ich meine Streichhölzer weggetan. Okay. So, jetzt mache ich mir... Wo ist mein Leder? Wie viel Leder habe ich überhaupt? ...kommt. Eisenschwert. So. Dann brauche ich jetzt noch... ...drei Spackenhacken. Spackenhacken? Ja. So. Zah. Hier läuft aber wirklich gar nichts, so wie ich das gerne hätte. So, dann kann das zurück. ...Pfeile brauche ich gerade nicht. Knochen brauche ich auch nicht. Die kann ich mitnehmen. Leder kann ich hier auch rein tun. Das kann ich auch hier rein tun. Das auch. Eier auch. Eier. Eier. Eier brauchen wir. Eier. Eier. Ellen. 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 Ja, bitte. Ach ne, das ist gar nicht Ellen. Das ist Steve. Ey. Steve. 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 Ach ne. Ne, das ist doch Ellen. 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 Kennst du das? Jawohl. Das ist so geil, ne? Tag. 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 Nacht. Einfach nicht mit der Laune. Ellen. 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 Erst mal die Kasse drangezogen. Hey. Ellen. Ellen. Erst mal die Türen zu machen, ey. Wie ist es so? Schön. Es bleibt. WDR 4. Oh mein Gott. Ich sehe es schon. Ich werde das heute nicht überleben, ey. Ach, ich bin doch jetzt in der falschen Höhle, der Idiot. Ich habe mir extra einen Weg markiert, ey. Ich muss ja wieder Eisen fahren, für Timo. Boah. Genau. Geh mal Eisen für mich fahren. Schlampe. Bitch. Bitch. Du hässliche Nutze. Bitch. Bitchi. Bitch. Havitchi, bitchi. Bitch. Was ist los, Biatch? Ich habe ein Eisen-Quertchen. Es ist schon wieder überall Monster. Wo kommt hier Spakus denn her? Wo kam der Creeper her? Wo kommen die ganzen Monster schon wieder her? Wo habe ich überhaupt einen Weg markiert? Es ist Nacht, Digga. Es ist Nacht. Ach ja, stimmt. Ich habe mir den Weg extra mit Fackel markiert. Extra zu der scheiß Höhle wieder hin. Nur für dich. Für mich? Ja, weil da war Eisen ohne Ende in der Höhle. Ja, gut. Das ist gut. Aber das ist ja dann nicht nur für mich. So, ich brauche Holz. Und zwar werde ich jetzt mal Dschungelholz farmen gehen. Folge einfach den Laternen auf den Boden. Dann bist du auf dem richtigen Wege. Und zwar mache ich mir dazu nochmal eben Sticks. Hä? Hä? Motherfucker, komm her. Komm her. Ich habe mir auch mal ein Schwert gemacht. Ja? Spakul. Putze, ey. Ja, gehen wir nicht runter. Genau, so. Warst du gerade am Haus? War ich, ja. Ja, toll. Warum bist du nicht pennen gegangen? Weiß ich nicht. Ah, super. Ich brauche doch jetzt hier nachts gar nicht loslaufen. Das überlebe ich doch eh nicht. Ich kann halt doch... Boah, geil. Meine Höhle ist best, Junge. Ist best, Junge. Wieso habe ich eigentlich nichts... Boah, herrlich. Kohle, 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 Kohle. Ohne Kohle, Junge. Wieso habe ich nichts zu fressen? Ich bin in der Tasche. Und du bist tot. Du, hol ein Bock von... Alter, wo spawn ich denn? Mitten im Schneebium. Wie kann sowas? Wie kann denn sowas passieren jetzt? Nee, jetzt mal ohne Witz. Ich raste gleich aus. Ich hau das Spiel gleich zusammen. Wir haben den Server neu gestartet und danach sind wir nicht pennen gewesen, ne? Komm, mach nächster Creeper-Bumm oder was? Jetzt nächste Spinne, ey. Super, ey. Alles weg, ey. Fick dich, ey. Fick dich echt, ey. Ein trockenes, verkorkstes Hohren-Arschloch, ey. Geh mir nicht auf den Sack, du Dreckspinner. Boah, wir haben halt heute voll drauf. Boah, ey. Komm, lass mal eben pennen gehen, dann haben wir auch wieder ein Dingspoint, ein Spornpunkt. Oh, Bastard, ey. Das glaube ich auch noch in die falsche Richtung, glaube ich. Schön an den Creeper, an dem Skelett vorbei. Ich weiß gar nicht gerade, in welche Richtung ich muss. Hier ist halt Fotzenhaus. Da weißt du, sterb ich bestimmt noch 70 Mal. Ah, da seh ich dich schon. Wolfsquill. Weiß ich auch noch nicht. Hier rum. Ich höre die Spinnen hinter mir. Du Arschgefickten, ey. Ich sterbe unterwegs, ich rieche das schon. Ich habe das im Bier. Sind meine Sachen denn gleich noch da, wenn ich da hinlaufe? Ja, wenn du schnell genug bist. Zwei Spinnen hinter dir, ja. Wichser. So, ich will pennen gehen, dann kann ich auch mal Holz fahren. Das ist gefickt, ey. Wir haben das voll drauf. Ich seh schon, wir machen jetzt wieder nur eine halbe Stunde Aufnahme und haben doch keinen Bock mehr. Liegt ihr ins Bett? Ich liege im Bett. Blut. Ich bin sauer. Boah, ich brauch mal endlich echt ein ordentliches Schwert wieder. Ah, die Spinnen tun mir auch noch über Zachweh, oder was? Eigentlich nicht. Ja, eigentlich jawohl, ne? Mein Eisenschwert, alles, alles da hinten in der Dreckshöhle, ey. Super, ey. Hoffentlich finde ich jetzt noch den Weg dahin, ey. Weil du über den Tag siehst, die scheiß Fackeln ja nicht. Ja, theoretisch doch, ja. Die siehst du schon. Boah, was leckt das denn jetzt wieder? So, ich brauch auf jeden Fall jetzt Dschungelholz. Hier liegt auf jeden Fall schon mal ein Punkt rum. Könnte mal einer sein. Das ist kein Dschungelholz. Das ist Dschungelholz.